Herzlich Willkommen hier live aus dem Wankdorf-Stadion in Bern und ja, wie ihr auch schon hinter uns gehört, die Musik ist vorhanden und wir warten nur noch darauf, dass die Spieler hier auf das Feld kommen wir machen hier auch noch kurz währenddessen einen Mediencheck um zu schauen, ob alles funktioniert und ja, wir kommen auch gleich die Spieler auf das Feld ja, hier heute im Likon kommt für euch wie ich, der Michael Stoller und der Marc Calucci genau, und jetzt kommen wir auf das Feld natürlich wieder in den traditionellen gelb-schwarzen Press und wie sieht's denn das anders? Lausanne ist mit einem weissen Auswärtspress am Start und die Lauf ist jetzt richtig in die Mittellinie angeführt vom Schätzrichter-Trio mit Luca Piccolo mit Sladan Josipic und Leroy Herdmann an den Aussenseiten und das war, fungiert heute der Sandro Scherr mit dem Mirel Turkes genau, ja, es ist da jetzt schon vor uns bereit äh, quatsche ich euch noch zu, währenddessen können wir euch mal kurz die Ausstellung auf den beiden Mannschaften ja, Ibe, da sieht's so aus, ist der Start da haben wir jetzt darum ein Eis im Goal mit dem Racioppi und dann kommen wir in der Verträdigung hinter Loris Benito hinten links im Mitte der Luschenberg über die Kamera rechts der Janko im Mittelfeld Ubenic, Mias, Rieder, Monteiro und im Sturm ein Sameh und Meschak Elia genau, der Lausanne startet mit Nummer eins Castella Thomas M'Gol dann auf der linken Seite der Archi Brown mit der Nummer drei mit der Nummer vier der Arnel Husic mit der Nummer sechs neu im Team von Standart Lüttich dazu gestossen der Noé Dussain und auf der rechten Seite mit 34 der Raul Giger im Mittelfeld auf der linken Seite der Sanchez mit der Nummer 80 mit der Nummer 10 und gleichzeitig Captain Olivier Custodio und mit der Nummer 24 Don Juan Bernet von Salzburg dazu gestossen und im Sturm, ein Dreiersturm auf der linken Seite mit dem Rares Ilje ist auch ein neuer Mann mit der Nummer 19 von Nizza und in der Mitte mit der Nummer 9 der Calisene auch ein neuer Mann bei Lausanne er ist von Basel jetzt definitiv zu Lausanne zu gestossen und auf der rechten Seite mit Nummer 11 der Alion Balde genau und Spieler stellen sich hier auch schon auf Anspiel hat so wie es ausgesehen der FC Lausanne vor der linken Seite auf die rechte Seite wo sie spielen Ibe Goli in einem dunkelgrauen Dress und bei Lausanne ist es ein lilaniges Dress Ibe spielt also hier erste Elfte mit den Fans im Rücken haben hier auch noch deine Fotografie am Start Schuttisch halb hoch in die neue Saison nehme ich an so etwas bei Paisen und ja alles steht bereit Uhrzeit passt eigentlich auch für das Spiel an zu Pfeif wir warten wirklich nur noch auf den Pfeif von Luca Piccolo und dann kann das Spiel anfangen genau ähm Lausanne eben ja im Mittelkreis wartet aufs Goal vom Schiedsrichter ähm das ist ein Sanchez der wartet und das Spiel eröffnet das Stadion sehr gut gefüllt natürlich in schwarz-gel und in dem Moment hat das Spiel gestartet Lausanne spielt gerade den langen Ball auf die rechte Seite und dann kommt zum Kopfball wo allerdings dann mit dem verlängert wird und ins Behind geht und es gibt Abstoss auf der Ibe Seite vom Raggioppi der spielt gerade kurz zum Lustenberger auf die linke Seite er baut hinten auf und spielt den langen Ball Richtung Mittelfeld Mittelfeld der Nussanne versucht zu verlängern der Ball kommt zum Monteiro der Monteiro aber verliert den Ball es wird umgekämpft im Mittelfeld jetzt auf der rechten Seite Ibe Magriff im zweiten Drittel vor der Spielhälfte immer noch auf der rechten Seite ein Ball in den Strafraum hine der Ball ist ein bisschen zu lang er war gedenkt für Elia er kommt nicht ganz dran und somit kommt es zum Abstoss von Lausanne vom Thomas Castella der Thomas Castella legt den Ball ane spielt ihn kurz auf die linke Seite von ihm aus gesehen und dort geht der Ball der Seite lang entlang von Lausanne sie bauen einen Angriff auf es gibt allerdings einen Fehlpass wo Ibe trainieren können doch im Mittelfeld erobert den Ball zurück und es ist durch der der Sanchez zu füllen stossen bis zum Strohfraum und versucht den Abschluss wird in der letzten Sekunde gestört es gibt allerdings kein Eckball sondern es kommt zum Abstoss für Ibe durch den Gohli Racioppe Also jetzt schon mal auf beiden Seiten hin und her gegangen. Es ist recht dynamisch in diesem Spiel und der Luschenberger führt den Abschluss aus und bekommt den Ball gerade wieder zurück von Simgoli. Er spielt dann auf die rechte Seite von IB ausgesehen und dort wird dann der Angriff aufgebaut. Auf der rechten Seite, nein, es ist der Janko, der zurückgekommen ist zu IB, der jetzt einen Ewurf macht. Er spielt dann weit zum Insane, dann legt ihn ab, zum Ugrinic, doch Ugrinic kann den Ball nicht gerade behaupten und Lossan kann den Ball zurückgeroben, er lasiert gerade den Gegenangriff und der Ball aber wieder in den Füssen von IB und der Luschenberger spätiert ihn weit weg aus dem Strafraum. Der Ball jetzt wieder in der gegnerischen Hälfte von Lossan, Lossan hat den Ball aber schon wieder zurückerobnen können, es gibt Bass her und her in der Mittelfeldzone und jetzt der Ball lanciert einen neuen Angriff, der Kali Zene hat den Ball wieder erobert und wieder der Sanchez versucht den Angriff zu einleiten im Strafraum, verliert den Ball aber IB da sehr aggressiv am Ball, kann stören und es kommt zum Einwurf von Lossan. Lossan führt dann gerade raus und spielt den Ball wieder hinten rum, auf Höhe im Mittelfeld, Mittelpunktlinie und der Berne wird dort auf der rechten Seite wieder das Spiel von Lossan lancieren, den Ball dann mit der Nummer 11 eine Flanke hinein in den Strafraum, aber dort findet er keinen Abnehmer, der Ball geht auf der rechten Seite zum IB-Spieler, der IB-Spieler kann, der Ugrinic ist jetzt den Ball behaupten und spielt dann zu sein Mitspieler, der dann richtig Mittellinie springt und dort immer noch ein Ball ist und der lange Ball zum Monteiro, wer ist das? Der Monteiro, den hätte er nicht annehmen können und somit kommt es zum Einwurf für Lossan und das macht Raul Giger, er sucht den eigenen Mitspieler und findet ihn im, der Person, nein, er findet jetzt noch nicht gerade der Mitspieler, spielt ihn zurück zu seinem Innenverteidiger und er spielt den langführer Richtung Mittelfeld zum Kalisane, der Kalisane kann den Ball aber nicht unter Kontrolle bringen und es gibt einen E-Wolf jetzt für IB. IB auf der linken Seite jetzt den Benito, der den Ivo Viv ausführt, er spielt zum Elia, Elia kann den Ball aber nicht behaupten und Lossan kommt wieder im Angriff und wieder mit dem Balde, der hier jetzt losstürmt, Richtung Sechzehner und dann findet er den Kollegen zum Abschluss, aber der ist der Schuss vom Ball, oder der Familie ist jetzt nicht, er hat nicht aufs Goal platziert werden, weil ein Fuss vom Lustenberg am Ende dazwischen gewesen ist und es kommt zum Einwurf von IB auf der rechten Seite, der wird dann ausgeführt und inzwischen ist es der Nias, der den Ball hat und der Ball zum Ukrainisch spielt und der wird dann auch gefoult und er bekommt dann auch den Freistoss, der auf höhere Mittelfeld Anspielpunkte ausgeführt wird für IB. Wir sind in der fünften Minute und nach wie vor Spielstand 0 zu 0 zwischen IB und Lossan. Ja, Benito ist jetzt am Ball, also der Ball ist wieder am Laufen in der IB-Reihe, der Ball ist beim Lustenberger, gibt ihn weiter auf die Kamera und dann rechts raus, Janko spielt ganz zurück zum Ratschopi. Lustberger wieder rüber. Die Kamera jetzt mit einem langen Ball in die Spitze, aber er geht direkt auf das Goal vom Castella, wo der Ball ein bisschen mal krallen muss. Er hat nicht so ihren Hang, spielt ihn flach im Sechzehnerin auf seinen Innenverteidiger drauf. Hier ist ein hoher Ball auf die Seite raus, aber ja, kommt leider nicht an, somit Einwurf für IB. Benito wirft ein auf den Rieder. Er muss aber zuerst mal hinten durchspielen über den Lustberger. Verlagerung auf rechts zum Kamera, der läuft jetzt über die Mittellinie drüber. Geht ihn dann auch rechts raus. Janko jetzt auf Sechzehnerin hoch, versucht da rechts durchzuziehen, aber er wird abgelockt. Ist aber eigentlich aus meiner Sicht noch berührt worden, so sieht er so. Es hat also der Linienrichter, gibt Ecke für IB. Ugrinic wird da ausführen, vom rechten Eck-Fanchen. Janko hat versucht, da alle vorbei zu ziehen, hat den Ball weit vorgelegt. Dann hat der Lausanner versucht, ihn da abzudrängen, aber Janko hat den Ball immer noch ein bisschen drastspitzeln. Dann ist er vom Lausanner aus über die Grundlinie der Bruss. Der Ball kommt flach rein, wird aber direkt rausboxiert. Er kann mit Janko einen Ball kommen, wird aber mächtig unter Druck gesetzt von hinten, aber klärt er gut. Er spielt zurück zum Racioppi, der jetzt viel Zeit hat. Er spielt dann zum Lustberger, der schön zurückgelaufen ist. Wieder rechts über den Kamera. Dann kommt der Ball gerade rum zurück. Geht jetzt links raus zum Benito. Weiter vorne auf den Monteiro. Der ist hier mächtig unter Druck gekommen, aber er kann das schön lösen. Er spielt hinterher zum Lustberger. Dann weiter zum Racioppi, zurück ins Goal. Rechts über Janko. Nias spielt wieder hinterher. Ball wieder beim Racioppi. Er spielt auf den Lustberger. Wieder Seite auf rechts, zum Kamera. Länge Ball, eine Linie entlang, aber auch über die Linie darüber raus. Einwurf für Lausanne, auf der linken Seite, aber Mitte von der eigenen Platz, hilft sie. Länge Einwurf Richtung Mittellinie, aber der Ball springt auch hier. Einwurf für IB. Ich bin jetzt hinten mit Rieda, er spielt über links zum Lustberger. Er steht jetzt auf der Mittellinie. Mit Verständnis mit Benito. Geht aber Einwurf für Lausanne, wo ich gerade die Seite ausgespielt habe. Kurze Einwurf, kurze Dreiecke weiter vorne gespielt, aber ein unschöner Pass, welcher nicht kontrolliert werden kann. Ich bin jetzt wieder mit Benito auf links. Und Samet mit Monteiro, aber geblockt worden. Geht Einwurf für IB. Und mehr Schakalia. Kann den Ball nicht reinbringen. Aber Lausanne springt auch gleich wieder, geht in die Seite aus, geht wieder Einwurf für IB auf der linken Angriffsseite. Geht weiter auf Benito, der kann mit links flanken, aber wird direkt wieder rausboxiert. Von einem Innenverteidiger. Wieder Einwurf für IB. Wieder Benito spielt zusammen mit dem... Uh, da ist ja ein schöner Versuch gehabt. Dort ist Monteiro, hat es schön verlängert und Samet hat auch nochmal versucht in die Mitte zu legen, aber er ist knapp geblockt worden. Immer noch IB vor dem 16er Riederabschluss. Verspringt, kommt zu unserem E, verspringt ihm aber auch. Jetzt auf links Benito, nochmal flanken, wieder geblockt. Immer noch eine Grundlinie unten, wieder geflankt, aber wieder geblockt, geht die Seite aus. Geht wieder Einwurf für IB. Benito wirft direkt ein. Jetzt eine Linie unten, wieder geblockt. Aber abseits gewesen von Benito. Bei diesem Doppelpass und somit Freistoß für Lausanne. Und nach 10 Minuten steht es hier im Wankdorf nach wie vor, No zu No. Genau, Freistoß für Lausanne. Der Thomas Castella, der Goalie von Lausanne, wird den Ball passieren und es sieht nochmal weit ein Abschlag aus. Die ganzen Spieler versammeln sich hier auf dem hohen Mittellinen. Der Ball kommt jetzt auch weit in die Spielhälfte von IB. Bei der Luschenberger Kargen wegköpflen. Er hat aber, Lausanne kann den Ball wieder behaupten, geht jetzt auf der rechten Seite, aufzubauen. Der Geiger mit einem langen Ball. Dort steht aber der Luschenberger. Und der Luschenberger verfehlt den Ball. Aber der Kollege, der Gamera kann da aushelfen. Er konnte diese Situation entschärfen. Lausanne jetzt auf der linken Seite und versucht wieder einen Angriff. Und IB hat den Ball wieder zurückholen. Passiert jetzt wieder ein Gegenangriff auf der rechten Seite. Mit dem Musame, der Monteiro ist auf der Füße im Spiel. Dann der Rieder. Der Rieder in der Mitte probiert das Spiel mit dem Monteiro. Klappt aber nicht. Lausanne kann den Ball zurückkämpfen. Und Fabian Lustenberger kann hinten spielen. In den Brüger verlagert das auf die rechte Seite zum Janko. Die Janko sind auf der rechten Seite führen zum Ugrinic. Ugrinic spielt wieder zurück zum Janko. Höhe Mittellinie. Und der Janko spielt ihn zurück zum Gamera. Der Gamera spielt ihn auf der linken Seite Luschenberger. Luschenberger versucht den langen Ball. Verheilt aber. Und Lausanne kann höhere Mittellinie wieder zurückerobern. Und spielt den langen Ball in die IB-Hälfte. Also hin und her aktuell. Lausanne jetzt wieder im Angriff. Das ist der Sanchez. Der Ball auf die rechte Seite verteilt. Und der Ball, der im Zusammenspiel mit dem Sanchez einen Angriff versucht. Wobei sie nicht ganz durchkommen. Jetzt nochmal auf der rechten Seite. Ist der Ilje. Wo einem Doppelpass eine Flanke machen will. Er kommt aber nicht zur Flanke. Weil er gestört wird. Und IB den Ball kann zurückerobern. Versucht den Angriff. Das haben wir nicht zusammen. Aber das haben wir bekommen den Ball nicht. Im Gegenteil auf der rechten Seite. Der Dusschen macht einen Angriff und flankt rein. Der Ball wird abgelenkt. Und schliesslich kann den Racioppi auch fangen. Und gibt den Ball auf der rechten Seite. Und die rechten Seite dann aus. Um einen Gegenangriff an einzuleiten. Die Dussarmee hat er zwischen den Ball. In der gegnischen Hälfte spielt ihn aus. Zum Monteiro. Der Monteiro versucht einen Strophum hineinzukommen. Wird aber gestört. Und es kommt zum Ivo für IB. Der Benito wird den Ivo vorne. Und er wird den Ball zum Niass spielen. Der Niass spielt ihn zurück zum Lustenberger. Der Lustenberger höhe Mittellinie spielt. Auf die andere Seite zum Gamera. Die Gamera nimmt den Ball an. Und spielt dann den Ball zum Janko. Der Janko jetzt auf Höhe 16er. Auf der rechten Seite. Er legt ihn zurück zum Rieter. Der Rieter kennt wer in Abschlussposition. Dann schliess er aber links raus zu spielen. Dort kommt dann die Flanke hinein. Und in der Mitte aber Lausanne. Der Ball kann den Ball rausköpfen. Und dann kommt der Ball zum Rieter. Und er versucht eine Direktabnahme. Die aber das Ziel verfehlt. Und damit kommt es zum Abstoss beim Goalie Thomas Castella. Der Castella platziert den Ball. Lausanne und auch IB spielen sich jetzt wieder ordnen. Und verteilen sich vom Platz. Der Castella spielt kurz zum Giger auf die rechte Seite. Der Giger spielt die Linie entlang. Und dort kommt ein Foul an Sanchez. Der von Mias jetzt gefällt worden ist. Und entsprechend der Zerfreistoß. Der Giger führt dann gerade aus. Und spielt den Ball zurück in die eigene Verteidigung. Und dann zum Castella. Er spielt dann auf die linke Seite. Und lasiert auf dieser Seite einen Angriff. Dort ist es. Wer ist es? Der Brown. Der Brown auf der linken Seite. Der sich durchgetankt. Fast bis zur linken. Strophumseite. Und der Angriff kommt dann dazu. Dass es einen Eckball gibt. Für Lausanne. Das ist der erste Eckball für Lausanne in diesem Spiel. Ausgeführt wird vom Captain. Von Olivier Custodio. Er lässt sich da viel Zeit. Um den Eckball auszuführen. Er wird entsprechend begleitet. Von den Pfiffen der IB-Fans. Weil es auf der anderen Seite ist. Jetzt legt er den Ball an und holt Anlauf. Und in der Mitte haben sich alle Spieler massiert. Höchstlich im Fünferraum. Der Ball kommt jetzt auch rein. Halb hoch für den ersten Pfosten. Und dort kann man aber auch den IB-Verteidiger sofort entschärfen. Auf der rechten Seite. Er hat aber die Lausanne nicht den Ball zurückbekommen. Er wollte eine neue Flanke starten. Es ist dann wiederum der Bernhard. Der kommt vom Minenspiel. Und dann kommt der IB jetzt zum Abschluss. Aber er ist auf die Seite rausgetrennt worden. Und es ist eine haarscharfe Situation gewesen. Die zum Eckball führt. Es ist die 15. Minute. Und noch wie vor 0-0 zwischen IB und Lausanne. Und jetzt gibt es der nächste Ecker von unten rechts. Der wird Custodio ausführen, so wie es aussieht. Macht sich da bereit. Spieler sind auch bereit im Strafraum. Sanchez wird sich noch im Rückraum anbieten, um einen kurzen Pass zu geben. Der Richter steht noch beim Custodio. Ich habe es in diesem Fall noch nicht frei gegeben. Jetzt darf er den Eckball treten. Hält der Arm. Ball kommt rein. Hinter der zweite Vorstellung kommt. Gefährlich geköpft. Auf das Goal. Und zwar ist das der Husic gewesen, der Innenverteidiger, der da im Rückraum vom 16er frei zum Kopfball kommt. Aber Ratschopi mit einer sehr, sehr starken Parade geht schnell runter in die Ecke. Also hier aus gore Sicht unten rechts in die Ecke. Das wäre perfekt am Pfosten, genau neben dem Pfosten, das Goal rein. Also wichtige Tate hier vom Ratschopi geht der nächste Eckball. Kommt wieder rein. Das ist mal vererst Pfosten. Zuerst mal aus dem 16er raus, aber der Ball noch in Lausanne reihe. Kommen jetzt nochmal auf links. Auf der linken 16er Seite. Sie sind dann. Sanchez flankt nochmal rein, aber Benito kann erst mal aus den Köpfen, aber immer noch Lausanne im Ballbesitz. Custodio. Schön durchgespitzelt. Und dann kann aber der Brown sich nicht poupen gegen zwei Berner. Und der Ball springt von ihm aus. Über die Rundlinie gibt darum einen Abstoss für IB. Ratschopi spielt einen Kurz im 16er, was ja mittlerweile seit der letzten Saison erlaubt ist. Er hat gerade kurz auf den Lustberger gespielt. Ich würde es sagen, ein bisschen hin und her passen. Aber jetzt geht Lausanne ein bisschen mehr mit Pressing als noch in den ersten paar Minuten. Benito jetzt auf links. Spielt vorne auf den Monteiro. Spielt hinten über den Lustberger. Und dann rechts über die Kamera. Zurück zum Lustberger. Links zum Benito. Länger Ball. Elia spielt auf uns im E. Wieder auf Elia. Ergerundlinie spielt wieder rein. Und nicht der Ball weil der Castella aufgepasst hat. Kommt aus dem Goal und schnappt sich die Kugel. Auch eine wichtige Tat hier von ihm. Ein Meter vor dem Goal ist der Ball gewesen. In seiner Zone muss er den Ball natürlich sich auch schnappen. Jetzt haben sie hier rechts gespielt. Und der Sanchez wird im Mittelfeld gefaulet. Freistoß dementsprechend für Lausanne. Husic Freistoß spielt noch links. Nein, es war Dussend oder Trette. Aber Ibe kommt in rechten Ballubsitz. Ugrinic auf der rechten Angriffsseite aus Ibe Sicht setzt sich sehr, sehr stark gegen zwei Türen. Jetzt geht es über links Benito. Ich bin über die Mitte. Aber Monteiro kann den Ball nicht behaupten. Hier kommt Giger über die rechte Seite zieht eigentlich 16 rein. Niemand kann ihn stoppen. Zieht ab, aber geht dem Goal vorbei. Gibt Abstoss für Ibe. Aber gut, die einzige Aktion hier vom Giger vom Rechtsverteidiger. Ibe wieder mit einer kurzen Abstoss Variante. Ratschoppi hat den Ball an den Füsse. Jetzt Lustberger wieder zurück zum Ratschoppi. Spielt rüber zum Kamara. Geht noch wieder zurück zum Ratschoppi. Da läuft ein paar Meter aus dem Sechzehner raus. Jetzt ein Ball im Mittelfeld beim Rieder. kommt vorne links aber Giger holt sich den Ball ist 10 minuten gespielt und es steht nach vor 0 zu 0 . und Ibe wieder im Ball besitzt. Der Riede zurück zum Gamera, der Gamera zum Janko, wo kurz jetzt den Platz eingenehmt in der Innenverteidigung und er spielt auf die linke Seite zum Benito. Der Benito im Doppelpass, spielt aber dann zurück zum Lusterbergo. Der Lusterbergo wird auf die rechte Seite zum Gamera, Gamera zu, auf höhere Mittellinie. Jetzt hat der Riede den Ball, der Riede im Zusammenspiel mit dem Nias. Der Nias wird dann aber gefoult und bekommt das Foul auch bzw. den Freistoß in der Hälfte von Lausanne und der wird dann auch kurz ausgeführt. Der Lusterbergo hat den Ball auf höhere Mittellinie. Der Lusterbergo spielt rüber zum Gamera, der Gamera sogar zurück zum Rajobi. Der Rajobi dann mit dem Ball auch zum Nias. Der Nias auf der linken Seite hat den Ball am Fuss zum Riede. Der Riede spielt einen Sturm hinein, aber dann wird der Ball abgewährt von Lausanne und dann kommt er zum Zweikampf und stellt sich dann zum Einwurf von Lausanne, wo durch Raul Giger dann ausgeführt wird. Raul Giger sucht einen Mitspieler und lanciert den Seine. Der Seine kommt aber nicht zum Ball. Der Lusterbergo spielt dann zurück zum Rajobi. Der Rajobi macht den langen Ball, richtig Mittelfeld. Dort wird aber der Gastodio unterbrochen. Der Ball spielt den Führer und dort kann er den Ball behaupten mit einem Abschluss, aber das ist kein Problem für den Rajobi, der sofort wieder ein Gegenangriff lanciert auf der linken Seite durch den Monteiro. Der Monteiro im Zusammenspiel. Nein, er zieht in die Mitte hinein, findet aber keinen Mitspieler und muss unterbrechen. Der Riede spielt jetzt auf die rechte Seite. Dort ist der Young, der reinflankt, aber der kann abgefährt werden vom Innenverteidiger von Lausanne. Lausanne macht wieder einen Spiel aufgebaut und kann mit dem Sanchez in Mittelfeld den Auge lancieren. Doch der Ball zum Sehen kommt nicht an. Er wird vom Kameran übernommen und Leiby kann das Spiel wieder aufbauen. Höhe Mittellinie auf der rechten Seite machen sie das. Der Auge kommt aber auch nicht stand, weil Lausanne das auch von dem Ball wieder zurückeraubern konnte. Jetzt kommt ein Zweikampf, Höhe Mittelfeld. Es geht jetzt auch Foul und zwar von Lausanne. Lausanne möchte das sofort ausführen und hat das auch gemacht und der Seine aber, wo ist im Offside gestanden, hat Lausanne jetzt wahrscheinlich eher ein bisschen Zeit zu nehmen, dass sie das dann auch in Ruhe ausführen konnten. Jetzt hat der Scheid sich das Spiel unterbrochen. Es ist eine Trinkpause angeordnet. Die Spieler kommen jetzt durch eine Bank und sich mit Trinken versorgen lassen. Wie gesagt, sensationelles Wetter, Fussballwetter, es ist angenehm. Die Sonne scheint gerade nicht aufs Feld. Also sie brennt jetzt nicht extrem, aber man hat vor Ort noch recht geschonet. Von dem an wird die Kunststrasse recht aufgeheizt sein. Sicherlich absolut notwendig, die Trinkpause. Es ist ja viel gelaufen aus meiner Sicht jetzt in den ersten 20 Minuten. Es war ein sehr rasant Spiel. Entsprechend müssen die Tanken auch wieder ausgefüllt werden. Sowohl Ludovic Magna, den neuen Trainer, als auch Raphael Wicke stehen im Team und geben hier noch Anweisungen zum weiteren Verlauf zum Spiel. Ludovic Magna scheint aber da eigentlich sehr zufrieden zu sein. Man hat ihn schon anders gesehen in der Super League. Auch Raphael Wicke spendet den Beifall und motiviert seine Jungs nochmal, um hier vielleicht Führungsgol zu suchen. Er bespricht sich jetzt noch kurz mit dem Unstame im Zweiergespräch und bekommt oder gibt noch die letzte Anweisungen. Die Spieler verteilen sich wieder auf dem Feld. Wir sind in der 25. Minute. Nach wie vor 0 zu 0 zwischen Schneibe und Lozano. Ja, wir warten noch gerade ab. Moment. Der Luca Piccolo geht das Spiel wieder frei. Auf die rechte Seite gespielt vom Ratschopi auf die Kamera. Der spielt weiter auf den Lusterberger. Dann auf den Rieder. Wieder langen Ball für Ugrinic. Schöne Brustabnahme. Spielt wieder hinten. Auf die Mittellinie. Auf Janko. Dann spielt auf den Jass. Zurück zum Kameran. Iba muss wieder hinten durch. Uuuuh. Dort wieder hat Joppi mächtig unter Druck gebracht, weil Lusterberger irgendeine Idee hatte und auf die linke Seite wollte laufen. Aber das ist dann keine Anspielposition mehr frei gewesen. Hat aber dann sein Gegenspieler Austricks gehabt. Jetzt Elia wollte mit dem Hackertrick weiterleiten. Hat aber nicht funktioniert. Ist geblockt worden. Lozano jetzt im Baubsitz über links. Brown. Sprinten durch. Wird gefällt. Wird auch pfiffen. Voll von Ugrinic. Gibt Freistoss. Ein paar Meter hinter der Mittellinie. Also Scheuer. Iba Platz. Hälfte drinnen. Jetzt gibt es da noch eine mächtige Diskussion. Zwischen Ugrinic. Und einem Mitspieler von Brown. Ich bin mir aber leider gar nicht sicher, wer das ist. Ob es der Custodio ist. Wo dort steht. Nicht mehr gleich da. Freistoss ausgeführt. Längen Ball in 16er. Senn kann aber den Ball nicht richtig weitergeben. weitergeben. Somit Iba wieder im Baubsitz. Rajobi wieder unter Druck. Muss jetzt einen langen Ball vorgeben. Elia. Kann den Ball gewinnen. Wird aber da mächtig auch unter Druck gesetzt. Das Spiel geht aber weiter. Ja, Elia ist wirklich schon am Boden gelegen. Und. Die Spiel ist trotzdem weitergegangen. Und dann ist der Ball jetzt in die Seite aus. Gespielt worden. Gibt aber Freistoss. Für Lausanne. Aufgrund von einer anderen Lektion. Die ich leider gerade nicht habe. Richtig gesehen habe. Aber nichts ist tragisch gewesen. Freistoss. Geht über die rechte Seite weiter. Iba kann aber den Ball wieder gewinnen. Elia versucht sich da durchzusetzen. Aber. Der Dyssen lässt sich nicht alles drücken. Spielt der Ball weg. In die Seite aus. Einwurf für Iba. Benito spielt gegen die Hingere. Lusperger über die rechte Seite. Zum Kamera. Der langen Ball. Elia wieder im Sprint. Auf der rechten Seite vom 16er. Spielt ein bisschen zurück. Riederflanken. Monteiro wäre im Rückraum. Aber. Ja. Schöpft. Schöpft da. Der Giger weg. Voll. Schöpft. Er wäre sowieso nicht auf den Ball kommen. Freistoss. Also jetzt. Für Lausanne. Schöpft. Er wird auch so lange einen Ball. Spielen. Er kommt jetzt. Wir sind Mitte von Reibenplatz. Auf der kommt der Ball. Lusperger gewinnt. Erstkopf war der Duell. Weiter geleitet vom. Nias. Und weiter vom. Ehh. Ehh. En Samee. Aber. Elia kommt nicht an den Ball. Ehhh. Husic. Hat den... vor er können so seinem. Goali zurückspielen. Jetzt Lusanne auf der linken Seite mit. Custodio. Und dann hinten durch. Wedia Husic. Und dann zum Castella. Diessen. Giger. Auf den ganz rechten Seite. Tribelt dann kurz. Inz. das ist dann in das Zentrum und von Baldé dann wieder nach hinten Dyssen, Castella Husic jetzt auf der linken Seite läuft bis zur Mitte Linie Dyssen versucht noch weiter zu zeigen aber Riba kommt wieder in die Baubesätze jetzt auf der rechten Seite unten gerade auf der Mitte Linie da oben versucht sich da durchzusetzen kann rechts vorbei sprinten Janko fliegt der Ball aber Riedr ist zur Stelle oder Ugrinić ist das Riedr im Rückraum kommt zum Abschluss auf der 16er Linie aber Castella kann den Ball abwehren und dann geht er wieder aus dem 16er aus dem Ball jetzt beim Radjoppi und es ist eine halbe Stunde gespielt es steht nachher vor 0 zu 0 I.B. wieder im Ball jetzt spielt hinten rum durch den Lustenberger Lustenberger auf der halblinke Seite spielt aber wieder rechts die Kamera auf der rechten Seite stösst vor über die Mittellinie spielt dann im... nein spielt zurück muss er abbrechen verliert den Ball Lossan kann den Gegenangriff lancieren auf der linken Seite er ist dort aber auch alleine Lossan als Spieler sucht als Mitspieler und findet ihn im Seine dringt den Strophraum ein und will einen Abschluss machen aber da ist ein Ball dazwischen und I.B. wieder den Ball zurückerobert auf der rechten Seite mit dem Janko der Janko sucht jetzt eine Abspielstation und der Riedr in dem Mittelfeld hat den Ball auf die linke Seite den Überbruch zum Benito und Benito zusammenspielt mit dem Nias den Nias wieder zum Riedr, Riedr zu Monteiro der Monteiro aber mit einem Fehlpass das der Lossan wieder Ball hat können übernehmen auf hohe Mittellinie ein Zweikampf und der Sieger von dem Zweikampf ist I.B. der wieder über den Gohli aufbauen der Gohli wieder zurück zum Lustenberger der Lustenberger links raus zum Benito der Benito spielt zum Nias die Nias zum Elia bei Elia zum Samy jetzt sehen wir direkt und Elia kommt auf die linkseite zur Flanke macht das auch in der Mitte kann aber der Gohli Castella die Flanke runterholen es wäre der Monteiro bereit gewesen aber wie gesagt der Castella kommt vor dem Ball und entschärft die ganze Situation spielt jetzt kurz zu dem Innenverteidiger zum Ducane, Ducane links langer Ball zum Brown der Brown kann den Ball annehmen und spielt dann zum Sanchez im Mittelfeld nimmt den Ball an und spielt dann zurück zum Husic den Husic dann wieder zu führen aber mit einem Fehlbass wo der Janko dazwischen steigen kann und es gibt einen Einwurf für Lausanne Lausanne macht den Einwurf dann auch und spielt aber hinten wieder durch um das Spiel aufzubauen es ist dann der Husic der den Ball hat und dann auf die rechte Seite verteilt aber mit einem gravierenden Fehlbass es gibt Einwurf für Ibe Benito macht den gerade und auch da kein sauberer sauberer Bass vom Nias zum Lustenberger kann aber den Ball übernehmen und spielt dann zum Gamera wieder zurück zum Radjoppi zum Lustenberger auf der linken Seite und der Lustenberger spielt dann zum Benito und Benito eine hohe Mittellinie auf der linken Seite hat immer den Ball am Fuss Doppelpass mit Elia kommt im Stoffraum ein auf der linken Seite versucht sich jetzt so durchzutanken setzt den Dribbling an schleckt ihn zurück zum Rieter der Rieter kommt zum Schuss auf der linken Fuss knapp knapp äh neben dem Lattenkreuz durch also der Castella weiss nicht ob er noch dran gewesen wäre auf jeden Fall ist er knapp neben dem es gibt einen Abstoss auf höhere Castella das war ein schöner Angriff und der VIA immer wieder schöne Rückpässe auf höhere 16er Linie wo meistens der Rieter steht und mit seinem starken linken Fuss dann einen Abstoss sucht der Castella hat jetzt wieder kurz gespielt den Abstoss auf der rechten Seite mit dem Giger der Giger versucht den einen Angriff zu machen der kommt aber nicht an E-Better aufgepasst aber auch der lange Ball von Benito landet ins Out und damit kann der Giger wieder Einwurf machen der spielt ihn zurück zum zum Bernet der Bernet versucht dort den Ball lang zu spielen da hat aber den Benito aufpasst kann den Ball abfangen und spielt ihn in die Mitte aber auch hier einen Fehlpass und der Custodio kann er wieder den Ball verteilen er hat ihn aber immer jetzt im Mittelfeld Zweikampf mit drei IB-Spielern und schliesslich verliert er ihn jetzt auch weil der Rieter den Ball er kann zurück erobern der Lustenberger spielt Niasse Niasse verteilt den Ball auf die linke Seite beziehungs Monteiro hat jetzt den Ball verliert aber den Ball und wieder also wieder hin und her jetzt im Mittelfeld und schlussendlich führt das dazu dass Lausanne einen Einwurf hat eine eigene Platzhälfte und das ist wiederum der Traul Gigo der wartet bis der Schätzrichter Luca Biccolos freigibt er führt jetzt auch den Einwurf aus wenn er dann einen gegen den Mitspieler findet er lanciert den Seine der Seine kommt aber nicht den Ball weil die Lustenberg stören kann und dann gibt es einen Foul von Lausanne und somit den Freistoss für IB wo der Lustenberg ausführt das ist die 35. Minute nach wie vor 0-0 zwischen IB und Lausanne IB jetzt wieder über hinten rechts Gamava bekommt den Ball wieder vom Janko spielt dann zum Racioppi weiter zum Lustenberger spielt oben Benito jetzt weiter über über Nias der kann weiter links gehen zum Rito Flankenball kommt rein aber geblockt rausgeköpft worden und er geht weg geschootet vom Baldé IB kann aber wieder in die Gefahrzone also nicht in die Gefahrzone aber auch wieder die gängische Platzhälfte in Köpfle eben nicht hier auf der linken Seite kann er behaupten behauptet beim Spiel aber er kommt nicht im Giger vorbei beschwert sich da ja ein bisschen viel Körper-Einsatz hat es mir gedacht aber das Spiel geht weiter über rechts jetzt kommt er Baldé im IB16 drin die kurze Ecke war offen jetzt nicht mehr Baldé wird von zwei Gegenspielern behandelt im 5m und schiessen knapp am Goal vorbei die beziehungsweise der Job ist auch noch drinnen gibt Eckball ja weil der wie zu lang war entweder er musste entweder passen rein geben oder wo die kurze Ecke noch relativ offen war hat er vielleicht auch dort rein schieben auf jeden Fall gibt es jetzt der Eckball den Eckball Custodio wird ausführen wieder steht der Sanchez im Rückraum bereit Stodio Lufthang Ball kommt rein hinterher ja wirklich über alle Spieler drüber aus dann Sprintduell zwischen Ugrinic unter einem Gegenspieler aber da setzt sich durch von Lausanne über links Flankenball flach von Braun wird aber geblockt von Kamera gibt wieder Eckball für Lausanne und dann wieder Sjanko als der Ball geblockt also die flache Flanke hat der Janko geblockt darum gibt es jetzt den Eckball wie der Custodio beim Fanli auf der linken Seite dieses Mal der Ball kommt rein auf zwei Posten aber geht gleich alle vorbei und drollet auch über Grundlinie aus genau gibt Abstoss für Ibe gut Joppy gibt den Ball dem Lustenberger Nias wieder Lustenberger links ist Benito Monteiro weiter eine Linie entlang auf Nias aber er ist noch zu weit gelaufen Ballgewinn für Lausanne können wir jetzt hier über das Zentrum aber der blind Pass geht auch blind zum Lustenberger also wirklich gratis Ball für Ibe jetzt Racioppy auf die rechte Seite gespielt zum Kamera zurück zum Racioppy links raus zum Lustenberger dann läuft ein paar Meter steht aber nochmal auf den Ball läuft nochmal ein paar Meter weiter nach vorne spielt jetzt Benito über mit Lunina drüber Lia auf der linken Angriffsseite jetzt auf 16er Höhe geht da jetzt 1-1 gegen Giger flanken dann in Rückraum Nias das schlicht durch Riedr Ugrinic der Ball war ganz knapp über der Linie abgefälscht wurde von Giger wahrscheinlich war es so mit Eckball für Ibe ja wer da Riedr ein bisschen oder ist es sogar Benito einer von beiden Riedr oder Benito zu 33 oder zu 32 äh hat da den Ball noch knapp berühren also wenn er ein bisschen besser wäre gestanden hätte er da einen gefährlichen Abschluss geben aber er konnte ihn nur noch knapp miterleiten Ugrinic hat dann nicht mehr viel daraus gemacht jetzt kommt aber die Flanke von Ugrinic auf 1. Post weggekoppelt worden geht in die Seite aus gibt Einwurf für Lausanne wird ausgeführt zurück gespielt auf Luschenberger dann zurück zum Kamera der ist jetzt im Mittelkreis spielt noch auf rechts zum Janko und es ist 40 Minuten gespielt und er steht hier im Wankdorf nach vor 0-0 den Ball wieder beim Luschenberger hinten er spielt ihn gerade links raus zum Benito auf der linken Seite zieht ihn in die Mitte hinein findet ihn den Nias den Nias führen zum Elia Elia will ihn direkt weiterspielen es klappt aber nicht Lausanne ist dazwischen den Ball immer noch umkämpft und jetzt wird der Ball einfach lang weg spediert in Richtung EYB-Hälfte die Nias zurück zurück zum Gagli den Nias zurück zum Gagli den Nias den Nias auf der rechten Seite zum Rieter der Rieter im Mittelfeld massiert der Monteiro und der Monteiro dringt ihn aber kommt nicht zum Ball der Giger ist vor ihm am Ball und spitzt den Ball raus auf die Seite es gibt EYB-Hälfte Benito oder Benito fliegt auf zum Nias mit Elia zurück zum Gagli der Gagli hat es im Feld von der Lausanne relativ fit ausgeguckt und geht dann auch er bricht ab auf der rechten Seite Dianko er kommt nicht durch zur Flanken Lossanne kann den Ball nicht zurück erobern der Brown hat den Ball am Fuss Sprinter hier kommt nicht durch er bekommt jetzt faul er ist verbar gestossen worden und es kommt zum Freistoß für Lausanne in der eigenen Platzhälfte auf der linken Seite Lausanne spielt den Ball kurz hinten rum über Ducane der Ducane macht den langen Ball führen aber dort steht kein Mitspieler sondern dort steht der Lustenberger der den Ball annimmt aber dann der Ball verliert im Zweikampf er bekam den Ball wieder zurück gewinnen aber er verliert und dann gerade wieder gegen Sanchez der Sanchez spielt auf der Custodio der Custodio auf der linken Seite zu seinem Mitspieler dort kommt er zum Schuss mit dem rechten Fuss verziert den Ball aber recht hoch drüber also keine Gefahr jetzt für der Radjoppi im Goal dann liegt der Balde von Lausanne am Boden er hat sich offenbar beim Zweikampf vielleicht verletzt er windet sich durch Piccolo fragt was los ist er bekommt offenbar keine Antwort und jetzt doch jetzt werden der Pfleger von Lausanne wo jetzt der Balde kann pflegen die anderen Spieler nutzen jetzt die kleine Pause zum zum trinken sowohl die Spieler als auch Lausanne und auch Raphael Vicky nutzt das um die Spieler dort nochmal zu instruieren die an der Seite stehen und Ludwig Manje schaut dem ganzen Geschehen zu der Spieler wird immer noch vom Feld gepflegt der Biccolo schaut was hier genau ist naja der Balde kann jetzt aufstehen muss natürlich regelkonform jetzt raus und dann wartet bis er wieder reingelassen wird durch den Schiedsrichter das Spiel kann in diesem Fall weitergehen mit einem Abstoss vom IB-Gohli wo der Balde jetzt auch bereit legt und der sehr wahrscheinlich kurz den Rostenberger wird spielen so jetzt warten bis der Biccolo das Spiel wieder freigibt und das folgt jetzt auch und wie gesagt der Ball auf der IB-Seite der Benito hat nein es ist der Rieto der den Ball hinterholt er spielt dann zum Benito die linke Seite dort ist der Monteiro der Monteiro macht eine Spielverlagung auf die rechte Seite der Ball ist aber nicht ganz so sauber doch der Ukranic kann den Ball gleich noch holen muss aber leicht sich zurückfallen lassen ist er auf der Mittellinie er spielt dann wieder zurück zum Lustenberger der Lustenberger halb links spielt dann wieder zurück zum Gamera der Gamera auf der rechten Seite dann zum Janko Janko spielt dann wieder zum 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 dann zum zum des Ameln Die Niasse hat wiederum den Ball letztens zurückbekommen spielt dann wieder zurück zum Luschenberger auf der linke Seite zum Benito Benito dann zum Rieter mit höchem Stromraum spielt dann kurz in die Mitte und war fast der Monteiro zum Abschluss er spielt dann rechts zum Janko Bjarne geht jetzt Zeit für eine Flanke, wir entscheiden jetzt für einen kurzen Pass zum Monteiro, zum Abschluss, aber dort ist noch ein Bein dazwischen gewesen, dass der Ball nicht aufs Goal kam, hat aber sehr ausführlich ausgedrückt, jetzt ist er schon abpfiffen worden, es ist sehr wahrscheinlich ein Foul gewesen, entweder Foul oder Offside, ich kann es ja also nicht sehen, auf jeden Fall gibt es jetzt einen Freistoss beim Thomas Castella. Ja, es gibt gerade eine Freistoss auf der Höhe, wo Elia noch versucht hat Nachschuss zu machen, also ich glaube, er hat dann nicht den Ball verwürzt, sondern wahrscheinlich das Play vom Anderen, und man kann es wahrscheinlich an diesem Freistoss geben. Genau, und der Freistoss ist jetzt ein Erfolg, das gibt Nachspielzeit von zwei Minuten, werden dann angezeigt durch den vierten Offiziellen, der Ball jetzt wiederum in der Mittellinie, der Giger im Zweikampf, und unser Armee spätiert dann aber dann kurz aus, auf die Seite raus, dass es dem Einwurf kommt, und wo er wiederum vom Digo dann ausgeführt wird. Der spielt dann zurück zum Dussain, Dussain auf die linke Seite, dann zum Hussic, der Hussic nimmt den Ball, spielt dann zum Brown auf die linke Seite von Lausanne gesehen, der Brown jetzt auf die linke Seite zieht richtig Mitte, der Ball wird dann aber abgelogst, dass der Rieder den Ball jetzt im Mittelfeld hat, und er spielt zum L.I. oder hat im Weltmilieu spielen, dort wird der Ball aber wieder von Lausanne abgefangen, die lancieren einen Angriff auf die linke Seite durch den Brown, der Brown ist aber zu spät, und er foult dann der Gamera, was wiederum zum Freistoss führt, führt der I.B. Der Gamera wieder am Ball, er spielt zurück zu seinem Goli, der Goli dann leitet weiter zum Lustenbergo, und der Lustenbergo auf der linken Seite zum Benito, der Benito einen langen Ball zum Monteiro, aber der Monteiro kommt nicht an den Ball, die Lausanner haben da aufgepasst, vor allem der Giger, der dann immer wieder dazwischen kommt, und dann gibt es Einwurf, nein, er trifft faul, faul von I.B., hoch das Bein wahrscheinlich, und somit kommt es zum Freistoss für Lausanne, wo sich da Zeitlott, ich nehme an, beide Vereine oder beide Teams werden langsam in Pause, wir sind jetzt auch schon über die 55 Minuten aus, und es gibt jetzt Freistoss von Thomas Castella, der einen langen Ball ankündet, und der kommt dann auch richtig 16, und da steht aber der Fagin Lustenbergo, der ihn wegöpfelt, Lausanne hat den Ball aber wieder übernehmen können, und wiederum ist der Lustenbergo, der den Ball wegspendiert und gerade den Gegnerangriff finanziert, aber auch der wird von Lausanne unterbunden durch den Giger auf der rechten Seite, Lausanne versucht es nochmal mit einem Angriff, und es ist im Mittelfeld jetzt versendlich so, dass der Schiedsrichter Luca Biccolo zur Pause gepfiffen hat, und die Spieler gehen sich gut holen, ja, erste Halbzeit rum, ich finde, es ist ein intensives Spiel gewesen, Lausanne hat mich überrascht. Ja, also es ist auf jeden Fall ein interessantes Spiel, noch nicht extrem klar Spiel, Ibe hat jetzt so eine gute Chance eigentlich gehabt, also eine, zwei gute Chance nehmen, Lausanne hat einmal auch mit dem Baldé, ist er auch einmal vor dem Goal gesehen, aber dann hat er zu lange gezögert, von dem her, das Spiel relativ ausgeglichen, Ibe natürlich glaube, wenn man jetzt mit Statistik schauen, hat Ibe auch schon mehr Baubesitz, aber auf jeden Fall ein interessantes Spiel, es ist noch alles offen, es steht 0 zu 0, von dem her, sind wir gespannt, was unsere 2. Elfte erwartet, da werden wir natürlich auch wieder für euch im Mikrofon sein, wir gehen jetzt noch schnell in Pause, und melden uns wieder, wenn das Spiel hier weitergeht. Ja, herzlich willkommen wieder zurück, aus dem Wankdorf in Bern, ja, es steht wieder an, die Super League ist am Laufen, wir sind jetzt, wird die 2. Halbzeit angekommen, vom ersten Super League Spiel hier, von Ibe gegen Lausanne, und es steht hier nachher, in ihrer Halbzeit, noch 0 zu 0, ziemlich ausgeglichen gewesen, Ibe ein bisschen, fliebzwingender, aber noch nie mehr, mit einer richtig gefährlichen, Aktion, und ja, heute am Mikrofon, bei einerseits ich, der Micha Stoller, und der Marc Palucci, bei einerseits, und beide Mannschaften, sind jetzt, um wieder zu erzählen, also Lausanne ist schon gerade, am Kommen, Ibe wird die 2. Halbzeit, Anspiel haben, und spielt von links, gegen rechts, also, gegen, ihre Fans, spielen sie jetzt, in der 2. Hälfte, Eingep Resident, da hat auch der Vorteil, dass ein bisschen, Sonnenschutz hat, also, ich weiss nicht, wie fest das, das blendet, aber auf, Auf dem rechten Goal, jetzt haben wir noch Sonne, auf dem linken, wo jetzt der Adjoppi in dieser Halbzeit steht, nicht. Kann auch vielleicht ein leichter Vorteil noch sein, mit der Sonne im Rücken zu spielen. Lieder und Elias stehen beim Anschweepunkt. Luca Piccolo schaut, ob beide Goalien bereit sind. Und gibt jetzt die Partie wieder frei. Ibe spielt hinten durch über die Kamera. Dann auf Razzoppi ganz zurück. Spielt auf links zum Lustenberger. Langebauer, linker Seite, Linie entlang, Benito, Flanke, kommt hoch. Verzeugt Pfosten, aber der krallt sich durch Castella. Locker, Flockung vom Himmel, runter. Und ein neuer Hang. So, nach der Aspenstation, schickt seine Mitspieler nach vorne. Letztes Ball auf den Boden, Elias greift an. Er gibt einen langen Ball. In die Mitte vorhin mit Platzhälfte. Geht man auch auf das erste Mal weg. Aber dort steht der Sanchez. Spielt zum Giger. Dann in die Mitte und wieder hinten. Spielt auf ein Duesen, dann zurück zum Castella. Weiter zum Husic. Ball in die Mitte zum Sanchez. Weiter gleitet auf ein Sen. Aber er wird geblockt. Ibe jetzt im Ballbesitz, links auf Monteiro. Der klippt da schön vorbei, aber der Drittverteidiger Geiger kann er den Ball erobern. Spielt jetzt seit Mittelfeld zum Custodio. Der kann den Ball nicht vorhin spielen, aber bleibt in der eigenen Reihe. Auf der rechten Seite. Seit der Verlagerung. Kommt Brown da noch hin? Ja, aber er kann ihn dann eher nicht mehr im Spiel behalten. Eingwurf reiben. Ugrinic. Überlässt dem Janko. Janko wirft ein. Riedr. Aber da kommt niemand Ball. Riedr holt ihn sich aber gleich selber wieder zurück. Spielt jetzt links raus zum Monteiro. Der ist jetzt auf der linken Seite auf der Mittellinie. Spielt er vorne und so mehr. Hat kein Platz. Spielt er rechts raus auf Ugrinic. Dann zieht er in die Mitte. Und zieht auch mal mit links ab. Aber etwa 10 Meter rüber zum Goal geschossen. Gibt auch einen Abstoss. Castella lehnt sich gerade zu rechts. Spielt er dann auf die rechte die Ausverteidigungsposition zum Giger. Der läuft jetzt auf der rechten Seite hier vorbei. Ja, auch ne. Aber dann ein V-Pass. Vum Ball Dewe. Sobald er ein Ball kommt, Ibe jetzt wieder im Baubesitz. Vorher gespielt. Elia Riedr auf links Monteiro. Der Insame ist das gewesen, glaube ich. Ja, Insame ist das gewesen, glaube ich. Insame war ein Flankenversuch. Aber der Ball ist nicht reinkommen. Er ist geblockt worden. Insame hat sich da den Ball geholfen. Für eine Ecke. Aber Riedr wird jetzt ruhig die Ecke ausführen, also nicht ein Samet. Da brauchen sie lieber in der Mitte zum Köpfen. 3 zu 5 in die Corner. Also Lausanne mehr Corner in diesem Spiel als Ibe besitzen. Aber mal schauen, wie die Chance wertig ist. Vielleicht kann Ibe den ausnutzen. Gut, der Ecke dieses Mal vom Riedr. Aber Lausanne kann ihn wegköpfen. Einwurf gerade auf der anderen Seite. Auf der rechten Seite. Also auf 16er Höhe. Ugrinić. Ja, aber Gietan Mjanko. Der wirft jetzt zurück auf die Kamera. Spielt auf Raciopbi. Der steht in der Mitte vor der eigenen Platzhelfte. Also weit vor dem eigenen Goal. Aber kann man natürlich auch machen, wenn man im Ballsitz ist. Ich bin jetzt wieder links zum Lustenberger. V-pass kommt nicht zum Niasau. Jetzt musst du Luschenberger sprinten, weil da ist der Sanchez durch den Lupfer über den Ratschoppi drüber, aber auch ganz knapp über das Goal, aber gute Idee des Sanchezs. Hat da die Situation ausgesucht, vorhin noch darüber gesprochen, dass Ratschoppi weit vom Goal entfernt steht, musste er auch zurück sprinten, weil er den Lupfer nicht kassiert. Noch mal glimpflich davon kommen, hier die Berner kommen jetzt wieder über links mit dem Luschenberger, gibt ihn wieder zurück zum Ratschoppi, der auf die Kamera. Eine Linie entlang vorne, Ugrinić kann den Ball nicht kontrollieren, jetzt über links kommt Ilje, der wird geblockt vom Nias, hat er gut gemacht. Janko auch unter Bedrängnis spielt hinten durch und jetzt ein Befreiungsschlag Richtung Samet, der Ball jetzt im Mittelfeld, kleiner Sinn und Herr. Ilja vorne, aber der Ball wird die Seite ausgeklärt. Also Einwurf für Ibe, auf der linken Seite, auf der Mittellinie Höhe, er ist 50 Minuten gespielt und er steht 10-0. Ibe jetzt im Ballbesitz auf der linken Seite, der Ball kommt zurück zum Luschenberger, er leitet ihn auf die rechte Seite zum Gamera, der Gamera baut ein Spiel auf der rechten Seite auf mit Janko zusammen. Die Janko sucht nach der ersten Station, spielt dann aber wieder zurück zum Gamera. Die Gamera hinten durch, er tut Verlustenberg, wieder auf die linke Seite und dann zu Verlustenberg zum Rieter. Der Rieter, der immer wieder hinter den Ball holt, jetzt ein langer Ball auf den Monteiro. Der Monteiro kann den Ball annehmen, unten an der Behindlinie, er geht jetzt aber in den Strafraum hinein und versucht einen Abschluss. Und eine Stimme, 1-0 für Ibe. Geglich der Monteiro, der sich den Ball an der Grundlinie annehmen konnte, er hat sich wieder fallen lassen mit dem Ball am Fuss. Und dann eine Ecke, 16er, ein flacher Schuss in langen Ecken hinein. Der Ball hat sogar ein bisschen gehölkert, habe ich gefunden. Also es ist jetzt nicht der satte Schuss gewesen, aber offenbar sehr platziert. Der Castella hat sich jetzt da nicht gross bewegt und er freut sehr gross bei den Ibe-Spielern. Ich glaube, das war jetzt wichtig, das waren wahrscheinlich auch die Anweisungen vom Wiki, dass man da rausgefunden, möglichst schnell das 1-0 sucht, was jetzt auch durch den Monteiro erfolgt ist. Die Lausanne-Spieler sind alle wieder bereit, die Ibe-Spieler formieren sich noch nach dem Torjubel. Der Rafael Iki gibt aber sofort wieder Anweisungen an Rieter, der Rieter, der das entgegen nimmt. Er hat auch den Angriff ausgelöst mit einem langen Ball auf dem Monteiro. Wie gesagt, er holt sich oft den Ball hinten und verteilt sie dann. Also wirklich Dreh- und Angelpunkt im Spiel von Ibe. Lausanne hat jetzt das Spiel wieder eröffnet, spielt Hintertöre mit dem Düssel. Der Düssel hat gerade mit einem langen Ball auf der Balde. Der Balde auf der rechten Seite schaut, ob Flanker geht jetzt auch rein in den Strafraum. Durch den Abschluss trippelt und mit dem linken Fuss. Unglaublich mit dem linken Fuss in langen Ecken halb hoch. Auch hier der Goli, der Rajopi sich nicht gross bewegt. Also eigentlich jetzt unvorstellbar, wie lange das war. Wir sind 10-20 Sekunden nach dem Anspiel, wo jetzt Lausanne sofort raus gleich kann schiessen. Also Lausanne-Spieler und ich sehr freu, drängen zum Ecken, wo es Lausanne-Fan hat. Eine Handvoll im oberen Sektor. Jetzt wäre neben Sonniges Wetter, die sind alle oben ohne und jubeln jetzt. Und schwenken ihre Fahnen und bejubeln ihre Spieler. Und ja, wieder ausgleichendes Spiel. Aber ein richtig starkes Ball, muss man sagen. Also ich muss ehrlich sagen, in der ersten Halbzeit habe ich den Balde recht schwach gefunden. Also er konnte irgendwie ein paar Aktionen bringen. Aber da, das Triebling im Strafraum und dann so ein Abschluss, sehr starke Leistung von ihm. Ja und dieses Mal, eben hat man gesehen, hat er den Balde auf dem linken Fuss gehabt. Offenbar sein starker Fuss. In der ersten Halbzeit ist er ja auf der rechten Seite durchgedrungen. Dann hätte er sich nicht getraut mit dem rechten Fuss abgeschliessen. Dann hätte er auf der linken legen und dann ist er nicht so recht zum Abschluss gekommen. Und jetzt, wenn der Ball auf dem linken Fuss liegt, aber hallo. So, IB jetzt wieder mit dem Maßstoss. Und sie spielen den Ball hinten um mit dem Lustenberger. Und der Lustenberger verlagert das auf die Rechtsseite zum Gamera. Der Gamera mit einem langen Ball, Richtung Elia. Und Elia kommt hier aber nicht an den Ball. Die Lausanne können den Angriff unterbinden. Und verlieren auch den Ball aber wieder. Der Elia bereits für den Ball auf der rechten Seite. Spielt hinten um mit dem Nias. Der Nias wieder ganz unten zum Lustenberger. Auf früche Mittellinie. Die Lustenberger in der Mitte führt zum Monteiro. Der Monteiro holt den Freistoß raus. Der muss jetzt aber nochmal ausgeführt werden. Der Vicolo hat das nochmal angeordnet. Jetzt auf der rechten Seite ist jetzt der Janko. Der versucht durch im Doppelball mit dem Nias zum Flanken zu kommen. Jetzt hat der Janko immer den Ball an der Gornfahne unten. Versucht sich durch zu trippeln. Zurück zum Nias. Die Nias ist auch jetzt im Tripling verstrickt. Kommt nicht durch gegen zwei Lausanner. Die Lausanner können das lösen. An der Behindlinie werden aber wieder bedrängt. Die Nias steht dran. Lassen nicht durch. Der Ball kommt füren. Richtige Sané Sen. Entschuldigung. Sané Sen natürlich. Sen holt den Freistoß raus. Und die erste geile Karte in diesem Spiel. Für die Kamera. Ich weiss nicht, ob nur ein Foul ist der Schulterabsatz. Aber ob er noch etwas gesagt hat. Vielleicht diskutieren sie mit ihm. Ich glaube. Also die Regie hat jetzt auch gezeigt. Weil der Baller Boden geschossen. Also einfach aus Wut. Dass das Foul ergriffen. Also wahrscheinlich so reklamationsmässige gelbe Karte. Genau. Auf jeden Fall. 55 Minuten gespielt. 1 zu 1. Zwischen IB und Lausanne. Jetzt der Freistoß. Hinten links. Und lange füren. Kamera geht mit dem Kopfball. Auf Wunsemme. Kann der Ball gewinnen. Elia weiter auf Wunsemme. Der ist jetzt im 16. Ecke. Monteiro spitzt noch einmal ein. Auf Wunsemme. Aber das war ein Pass zu viel gewesen. Oder einmal ein zu steilen Pass. Er konnte sich der Castella krallen. Ja. Genau das. Was wir jetzt haben gewünscht. Eigentlich. Von der 2. Halbzeit. Lauft. Stand jetzt. Gerade. Dass wir auch mal ein paar Goals sehen. Äh. Jetzt will ich dann gleich wieder das nächste. Und zwar ist der. Zend. Zend. Da im 16. Ecke. Schon mal wieder drin gewesen. Aber. Offside Position von ihm. dem 3. äh. Fribe. Lusteberger. Dann halt links. Steht. Der Niass wo vorne geht. Der Montero. Wieder zurück. Auf den Lusteberger. Wieder Nyass. Auf der Mittrelinie jetzt. Auf der linken Seite. Spiel zurück. Über den Radiorpi. Wieder auf den Lusteberger. Links der Linie entlang, Benito, mit dem Monteiro, Topaz, für den Sameda ist im 16er Ecke, Rüder, Topaz mit dem Sameda steht vor dem Goal, aber er versucht es aber mit dem schwachen Fuss, aber geht dem Goal vorbei, gute Aktion, aber da auf der Berne ist es schön durchgekombiniert. Also jetzt sind gerade in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr Chancen, aber ein bisschen mehr so richtig gefährliche Chancen, wo sie wirklich vor dem Goal plötzlich auftauchen. Castella wieder mit dem Auskick auf die rechte Seite raus, dann eine Linie entlang Sanchez, versucht aber blind weiterzugeben, kommt nicht gut, Benito hat sich auf den Ball, läuft in der Mitte von der Platzälfte, da ist Ugrinic. Und dann rechts Janko, der Grundlinie unten, Flankenball, blockt in die Seite aus, Einwurf, Reibe. Wirklich gerade zwei Meter vor der Grundlinie, ein Steiter. Wirft jetzt zurück auf Ugrinic, was sich anbietet. Dann im Dribbling, Janko muss er zurückspielen, aber dort kann der Sameda bald gewinnen. Dann gibt es dann einen Einwurf, wo die Kamera dann raus spielen muss. Also ein Einwurf für Lausanne. Einwurf hat dann nach vorne gespielt, aber Janko ist dort. Dann lässt der Berger hinten durch über einen Ratschoppi. Dann hat er die Kamera auf der rechten Innenverteidigungsseite. Längenball vorne, richtigen Lian. Der kann den Ball auch holen. Setz sich da schön durch, ist jetzt im 16er. Wird da gefoulet. Oder bekommt da Gelb für den Schwab. Ah nein. Gibt schon ein Foul, ist aber noch gerade vor dem 16er gewesen, darum Freistoß. Hat sich natürlich, ja so wie man es auch ein bisschen von ihm kennt, muss ich sagen. Auch ein bisschen theatral ist er gefallen, aber er ist natürlich als Foul dabei gewesen. Darum natürlich komplett gerechtfertigt, dass es da Freistoß gibt. Und Castella stellt eine Einmauer auf, ist aber auch ein extrem spitzen Wink. Sie würden zu einer Flanke oder flachen Ball hinein versuchen. Mal schauen, was der Rieder da für was sich entscheidet. Der Ball wird jetzt freigegeben. Er versucht es direkt und der gefährliche Ball kommt aufzugehen. Aber Castella fliegt durch den 5m Raum und kreilt sich den Ball. Beziehungsweise kann er abblocken, gehen die Seite aus. Auf der anderen Seite, Einwurf reiben, wieder auf 16er Höhe. Monteiro bekommt den Ball, Benito legt ihn rein. Dort ist die Kamera, ah nein nicht die Kamera, das war Schiniass gewesen. Im 16er, aber er hat ihn nicht reinbringen. Lospberg auf der linken Seite, nochmal vorne, auf der linken Seite Benito. Ein 16er, aber klärt, gleich vorne, der Ball ist mit der Kamera, spielt ihn auf links. Es ist 60 Minuten gespielt, es steht 1 zu 1. I.B. im Angriff und der Rieder mit einem Abschlussversuch. Aber der wird blockt. Lossan unterlassiert einen Konter auf der linken Seite. Wo jetzt auch der Brown, der Spieler hinterläuft, zur Unterstützung ist. Der Beldé im Mittelfeld, aber der Ball kommt nicht an. Der Rieder kann den Ball zurückgehoben und lansiert wiederum mit dem Niasse neuen Angriff. Und auf der Seite der Elia mit einer Flanke nicht mit, ja, da steht Nizermé, aber der Konter nicht am Ball, der Giger hat aufgepasst. Nizermé hat wieder einen Ball, im 16er, in Wirbel, da rum. Lossaner versuchen ihn zu stoppen und kriegen den Ball jetzt auch halb weg, aber nicht weit. Dianko hat den Ball, macht den Flanken hinein, dort Richtung Nizermé, aber Nizermé hat den Ball nicht bekommen. Er ist auf der linken Seite Benito, der wiederum die Chance hat zum Flanken. Er wählt aber den Weg zurück, wie ein Lustenberger. Der Lustenberger mit einem gefährlichen Pass auf der Kamera. Da wäre fast der Beldé noch dazwischen gekommen. Der Kamera dann wieder zurück zu seinem Goalie, der Rajobi. Der Rajobi dann wieder zum Lustenberger, um das Spiel wieder aufzubauen. Der Lustenberger auf der linken Seite zum Benito. Der Benito spielt den langen Ball im Strafraum. Zum Ugrini, Sturgini schlägt ab. Der Ball kommt aber nicht an und Lossaner, der Ball kann stoppen. Die Spieler verlangen da einen Freistoss, aber der Schiedsrichter, Bicolo, lässt weiterspielen. IB aber wieder im Ball besitzen auf der rechten Seite. Der Gamera zum Nias. Der Nias dann Richtung Monteiro, aber Monteiro kann den Ball nicht handeln. Und das ist Einwurf für IB auf der rechten Seite. Der Rieter führt gerade selber aus. Er macht das Spiel jetzt da recht schnell. Sie wollen das Momentum offenbar ausnutzen, was sie da haben. Sie drücken recht stark. Der Rieter wird auf der rechten Seite, spielt zurück zum Janko. Der Janko spielt zurück zum Gamera und der Gamera zum Lustenberger. Sie stehen sehr hoch ein, weil der Lustenberger ist im Feld von der Lausanne. Also die hintersten Männer sind wirklich über rund 10 Meter vor der Mittellinie, wo sie beratsten. IB jetzt im Angriff auf der linken Seite. Die Flanke von Benito, eine scharfe Flanke hinein und der Monteiro verfehlt er ganz knapp. Und es kommt zum Einwurf. Der ist, glaube ich, auf der Seite noch rausgegangen. Genau, Einwurf für Lausanne. Gerade beim Gorno-Famli. Es ist der Archi Brown, der den Einwurf jetzt ausführt. Natürlich im Beträngnis. Hier, wie die Ibe, steht hier gesagt sehr hoch. Machen fast alle Lücken dicht und tun auch alle Lübdecken von Lausanne. Der Brown jetzt beim Einwurf. Es ist ein langer Einwurf, richtig gesehen. Der Kalisane versucht, den Ball abzulegen, aber da landet man nie bespielen. Und schliesslich wieder beim Fabian Lustenberg durch Höhe Mitte hinein, wo den Ball jetzt in die Mitte lang will spielen. Aber dort steht der Custodio, der gleich wieder einen Gegenangriff einleitet auf der Bälle. Aber dort ist der Adjopi berat und kann den Ball abfangen. Und auf der linken Seite geht es für Ibe weiter mit dem Angriff. Wiederum der Lustenberg, wo den Ball wieder annimmt und verteilt. Das hat jetzt der Rieter im Mittelfeld, der jetzt lanciert wird. Er macht einen Pass auf der rechten Seite zum Janko. Der Janko, eine Flange, einen flachen Ball hinein. Aber der kommt dann da, der Ibe-Spieler. Das ist der Bisschen, den man ihn rausspettieren kann. Und zwar zum Corner. Also Corner für Ibe. Das ist der Rieter. Das ist mittlerweile der vierte Corner, den er gemacht hat. Es ist gerade ausgeführt worden, sehr kurz. Aber der Janko hat auch jetzt nicht viel damit anfangen können. Es gibt einen Abstoß beim Thomas Castella. Und somit eine kleine Entlastung für die Lausanne, die jetzt da sehr stark unter Druck gewesen sind. Ibe hat auch jetzt recht Power gemacht in den letzten paar Minuten. Der Castella nimmt sehr entsprechend auch viel Zeit. Er schickt jetzt seine Verteidiger führern. In diesem Fall gibt es hier einen langen Abstoß. Er holt jetzt hier einen Anlauf in seinem pinkigen Dress. Wie gesagt, er steht noch in der Sonne. Wie stark in das Leib-Einträchtung schwierig zu sagen. So, der lange Ball integriert eine Spatthälfte. Hier hat aber der Gamera den Kopfball vor dem Senn machen können und den Ball wieder zurück spätieren. Dort aber hat es einen Foul gegeben an Brown und somit wiederum ein Freistoss für Lausanne. Der wird ausgeführt durch den Custodio. Es geht hinten rum mit dem Husic und mit dem Dussain. Dussain auf der rechten Seite dann zum Giger. Der Giger im Zweikampf zieht in die Mitte, spielt den Ball zum Senn. Der Senn wieder raus zum Sanchez. Der Senn will den Ball in Aktion bringen, aber der schläft aus und kann den Ball nicht annehmen. Somit den Ball wieder bei IB, beim Lustenberger, der hinten rum wieder aufbaut. Es ist die 65. Minute nach wie vor 1 zu 1 zwischen IB und Loser. Hier hat Czoppi am Ball, spielt den links raus zum Lustenberger. Dann wird er gefoulet. Ugrinic führt schnell aus, spielt aber rechts zum Janko. Er versucht, den durchzusetzen mit einem Toppass. Aber Brown gewinnt den Ball. Leit er zurück und wird lange vorgespielt. Seine kann aber in Richtung ablegen, Nias gewinnt den Ball für Ibe. Ist mir jetzt ein Top-Pass mit Nsame, aber Nsame ist die Pass ein bisschen zu steil. Länger Ball von Sanchez auf rechts zum Balde, der ist jetzt ganze Zeit in Linien aus. Versucht da durchzusetzen, aber kommt nicht der Lustenberger vorbei. Dann läuft es ein paar Meter, ich bin dann auf links. Monteiro, Nsame kann den Ball nicht durchspitzen lassen. Lausanne kommt wieder in Baubesitz. Sanchez, ich bin dann auf die linke Seite, zu Braun. Er ist gut hinten durch. Und dann der Ball in die Seite, aus. Ah, unter rechts liegt der Ball dort, der hat sich auch einen Wert an. Die Pfleger geht jetzt gleich aufs Feld. Bei Ibe gibt es Wechsel, Monteiro geht raus. Für ihn kommt der Castro Imeri. Und auch noch raus geht mit der Nummer 18. Ich muss schnell schauen. Geht noch Nsame, natürlich geht Nsame vom Feld. Und für ihn kommt der Silvair Gandula. Bei Ibo-Spieler geht er. Und für ihn kommt der Trainer, da kann er besonders wichtig werden. Und für ihn der Fl?... Aber also bei Ibo-Spieler geht es weiter. Und die google-东ika läuft jetzt übereinander. Und bei Ibo-Spieler geht es ums Feld, das ist um eine Widerstand. Chilis auch. Sicher wichtig, weil auf dem Feld hat es trotzdem noch relativ viel Sonne. Also ist es auch noch recht warm. Zum Schooten. Aber grundsätzlich muss man sagen, haben wir wirklich perfektes Fussballwetter bekommen. Schönen blauen Himmel, aber aber nichts, was nach Regen oder so wird ausgesehen. Das Spiel wird weitergehen mit dem Einwurf für Ibe, aber wahrscheinlich werden sie Fairplay. Machen wir nicht mal an. Wieder bekommt der Ball. Ja, gespielt dann zum Castella. Geht auch noch kurz Applaus dafür. Stelag schickt seine Leute nach vorne. Wird also einen Kick vorgegeben. Länger Ball. auf die linke Seite ist Janko. Aber geht Freistoß für Ibe, weil Sen im Abseits gestanden ist. Ich bin jetzt über links mit Lustenberger. Benito bekommt den Ball aber gleich zurück. Zurück zum Jetzt haben wir auch Joppi. Länger Ball. Richtig ganz vula, aber der hätte den Ball nicht annehmen können. Ist weggekoppelt worden von hinten. Freistoß für Ibe, so wie es aussieht. Baldé will es nicht akzeptieren. Eigentlich müsste man sagen, könnte man diese Sitzung noch gelb für ihn geben. Wir wären jetzt auch den Ball-Effekt geschlagen, so wie Kamera. Aber er wird sowieso ausgewechselt. Und zwar geht Baldé raus. Und für ihn kommt Ina mit der Nummer 28 Suzuki. Nias mit dem Freistoß vorne. Aber geht jetzt nirgendwo. Abstoss. Für Lausanne. Es ist 70 Minuten gespielt. Und es steht nachvor 1-2-1. Abstoss bei Lausanne. Beim Goal in Castella. Er spielt dann auf die rechte Seite raus zum Gigo. Der Gigo dann auf das Seite lang. Aber der Ball kommt nicht an. Der Lustenbauer kann abfangen. Spediert ihn wieder zurück zur Riedre. Er wollte noch Vitro lenken. Er kommt nicht an. Und jetzt hat Lausanne wieder den Ball. Der Brown auf der linken Seite der noch hat. Doppelbass mit Ilje. Aber dort ist Janko dazwischen. Es kommt zum Einwurf. Lausanne auf höchere Mittellinie. Der Brown wird den Einwurf wiederum vorne. Genau. Er nimmt den Ball und sucht den Mitspieler. Er spielt dann im Sinn. Der Sinn kann den Ball aber nicht annehmen. Lugrinić kann den Ball abwuchsen. Und der Mias baut auf der rechten Seite den Tragriffe aufrunden. Aber ein Fehlpass ist ein Missverständnis zwischen Mias und dem neuen Spieler Gangmoula. Somit den Ball wieder bei Lausanne beziehungsweise dem Goal in Castella. Er baut auf der rechten Seite mit dem Giger auf. Der Giger spielt durch die Mitte. Dort aber ein Fehlpass ein. Der Ball wieder zurück erobern. Jetzt hat Zweikampf. Ibe spielt wieder hinten rum über den Lustenberger. Der Lustenberger hohe Mittellinie. Pass auf die linke Seite zum Benito. Der Benito dann im Zusammenspiel. Und jetzt der Rieder der in den Strafraum reindringt. Den Ball aber wieder rausbringt zum Benito. Der Benito der eine Flanke ansetzen will. Aber jetzt spielt ihn zurück zum Imari der Imari mit der Flanke dann rein. aber dort ist kein Ibe Spieler sondern noch Lausanne. Und die spätieren den Ball weit raus. Der Lustenberger kann den Ball wieder annehmen. Er spielt ihn nicht zum Imari. und er hat durch Benito lancieren und Benito holt dann einen Eckstoss raus. Ich meint jetzt ist es ausgleichen mit dem Eckstoss. Genau. Jedes Team hat jeweils 5 Eckstoss machen können. Und der wird jetzt auch ausgeführt werden durch den neuen Spieler bei Ibe der Imari. Er bringt ihn auf die zweite Pfosten. dort steht der Rieder aber er kann den Ball nicht recht mit dem Kopf reindrücken. Trotzdem Ibe noch im Ball besitzt. Wo aber hinten durch wieder muss aufbauen. Ugrinic spielt zum seinem Goalie der Goalie zum Lusterberg und Lusterberg zu Janko auf der rechten Seite die Janko zum Ugrinic und Ugrinic zieht mit rein. Er spielt den langen Ball zum Imari der Imari kommt aber nicht dem Ball weil der Giger aufpasst hat und der Ball kann vorher wegköpfeln. Es kommt ein Einwurf von Lausanne weil du ein Einbenspielertrags ist. Wiederum auf der linken Seite aus Lausanners Sicht der Brown und der Einwurf wird vorne jetzt bekommen wir gerade die Zuschauerzahl rein. Es sind 27'113 Zuschauer hier in Bern die den Match verfolgen. Also wie gesagt eine herrliche Stimmung die Atmosphäre ist ideal sowohl die Lausanner Fans dauernd am Anführen als auch die Ibe-Fans die zahlreich erschienen sind. So der Brown auf der linken Seite im Zusammenspiel mit dem Seen. Der Seen da Kunststück versucht hat nicht geklappt aber er hat Glück dass der Ball bei der Lausanne bleiben kann. Der Giger mit einem Angriff kommt aber auch nicht durch. Dann ein langer Ball zu der Lausanne der kann wieder unterbunden werden im Mittelfeld jetzt hin und her. Dann der Gustodio der Seen lanciere will. aber das nicht geklappt hat und der Lustenberger wieder aufbauen auf der linken Seite mit dem Benito. Der Benito spielt zum Nias der Nias zurück zum Lustenberger der Lustenberger weiter um zum Benito auf der linken Seite der Benito muss aber jetzt wieder zurück zum Lustenberger spielen und jetzt der Lustenberger entscheidet sich für den Seitenwechsel zum Gamera der Gamera wieder zurück zum Hagiobi zum Rieter der sich dahinter den Ball wiederholt er spielt aber zurück zum Gamera der Gamera spielt den langen Ball zum Elia der Elia kann den Ball annehmen und spielt ihn zurück zum Janko der Janko zum Imri der Imri kommt fast in Abschlussposition wird dort gestört durch den neuen Spieler von Lausanne der Suzuki Doichi und der Imri hat dann auch gefault und der der Elia bekommt dann ein wenig Fest Es gibt weitere Auswechsel auf Seite von Lausanne der Kali Zane kommt raus für ihn kommt der Koi mit dem 99 und ebenfalls mit Nummer 77 der Dominic Schweizer er kommt anstelle vom Sanchez das wir sind in der 75. Minute 1 zu 1 zwischen Ibe und Lausanne die hat die vierte stunde hat also schon angefangen weil ist schon wieder am laufen in Lausanne aber erst mal Suzuki spielt auf rechts der schweizer 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 auf die linke seite zum schweizer aber da kommt er nicht hin kreieren ich trage Kai Kai sucht nach Spielstation wird zu lang vor in Richtung Ilya aber der fliegt Kopf in Ibe kommt über links über Benito stehe noch mal auf den Ball, spiele ich in die Mitte immer in Ugrignic und dann gehen wir an spiele zurück zum Radzsopi wieder zurück zum Gamera dann legen wir den Ball mal vorne versuche da durch Gamera zu lancieren und der will weiter Köpfe auf einen ankommen aber der Ball geht direkt zur Seite aus also Einwurf für Lausanne zuerst aber geht es noch wechseln bei IB und zwar kommt der Cédric Itten für eine Shake-Nias also ein offensiverer Wechsel und Blume kommt rein für Janko und für Ugrignic kommt auch noch jemand rein und zwar ist das der Lukas Lakomi mit der Nummer 8 und du spielst wieder am Laufen Lausanne auf der linken Seite auf der rechten Angriff Seite versuche hier durchzusetzen gegen Imari so zuckig gegen Imari Imari gewinnt weil es Einwurf für IB gibt Einwurf wird jetzt ausgeführt gegen vorne geschossen durch den Cédric Itten direkt mit mehr Spaukontakt abpfiffen aus allem Grund weiss jetzt nicht Ende der Abseits aber macht eigentlich keinen Sinn beim Einwurf also spiel ich auch ein Stirnfoul war ein langer Kick von Castell da vorne bei diesem Freistoß der Lakomi war auch gerade im Ball Kontakt hat geköpfelt und jetzt IB auf der linken Seite wieder mit Cédric Itten aber kann sich da nicht durchsetzen gibt wieder Einwurf IB oder Ecke sogar sogar Ecke Ball ja und jetzt wird es nochmal Luthi im Wankdorf man hofft natürlich noch auf einen Siegtreffer mit wie das Scheiß jetzt 6 zu 5 was Korner angeht für IB also er ist da aufgeholt und überholt aber bringt natürlich nichts aus für die Statistik sie brauchen ein Goal das gibt es aber hier nicht der Ball fliegt da auch noch vorbei und geht dann über die Grundlinie darüber aus es hat noch eine gelbe Karte gegeben für noch einen Doussen also für den Innenverteidiger wegen was habe ich leider jetzt auch nicht gesehen aber für vielleicht ein Gekamier oder Körpereinsatz auf jeden Fall was ich weiss es sind 8 Minuten gespielt 10 Minuten zu goal er steht nach vor 1 zu 1 Abstoss bei Lausanne Thomas Castella wiederum mit einem langen Abstoss der Ball fliegt weit in die Bernerische Platzhälfte rein dort die Kamera kommt aber nicht dran dann ist es aber dann ist es aber Lausanne wo den Ball behaupten kann es ist ähm der neue Spieler der Coyle wo den Ball hatte aber inzwischen wieder ja dort ist aber 3 3 nein es ist nicht 3 oder es ist eine Scheibe die den Ball unterbinden aber jetzt mit der Lausanne die wiederum die Gekamier zum Abstoss kommt durch Ragiopi immer kurzen Ball zum Lustenberger der Lustenberger dann öffert zum Gamera der Gamera dann raus zum äh der Laconi der Laconi wo hier gestoppt wird aber der Ball kann zurückeroberen und wiederum hinten durchspielt via Lustenberger die Lustenberger dann zum Benito auf die linke Seite der Benito kurz zum Rieter der Rieter direkt zum Imri der Imri wiederum zum Rieter aber der Ball kommt nicht an der Lausanne kann dazwischen aber dort ist sofort wieder der Imri der Ball zurückgeordnet und er schiesst drückt etwa von 20m ab aber der Ball weit übers Goal und somit keine wirkliche Gefahr für der Thomas Castella der jetzt wiederum den Abstoss machen kann ja nimmt sich da jetzt auch die Zeit der schlitt sich Luca Piccolo ermahnt ihn jetzt auch dass er da vorwärts machen soll äh der Castella wiederum schickt ja macht das gleiche Spiel wie fort schickt jetzt seine Mitspieler führen weil es einen langen Abstoss gibt hat er noch ein paar Sekunden das gewonnen was von den IB Supporter nicht gutiert wird und äh entsprechend abpfiffen wird so jetzt langer Ball in die Platthälfte von der IB dort ist der Gamera der Ball wieder zurück öpfeln zum Itten der Itten kann den Ball aber nicht annehmen und Lausanne spätierend eben wieder zurück der Hussitsch wo er wieder Richtung Mittellinie spielt der Ibe wieder am Ball losiert den Itten im Strafraum und holt da tatsächlich den Eckball raus bei dieser Aktion hat sich aber der Lausanne offenbar verletzt Es ist die Krampferscheinungen, der Mitspieler, der Giger muss hier das Bein durchstrecken, damit sich die Krämpfe lösen. Wie gesagt, wir sind hier in der 80. Minute, es ist warm. Ah, jetzt zeigt er auch an, die Dussene muss ausgewechselt werden, in diesem Fall wird es jetzt noch länger gehen. Der schutzrichter Luca Bicola ist vor Ort, holt jetzt auch den Flieger rein. Die IBF-Fans sind natürlich nicht einverstanden, sie witteln eine Spielverzögerung und sind jetzt einfach noch umzukriegen. Sie möchten natürlich, dass er ausserhalb vom Spielfeld gelegt wird, aber der Gysen ist immer noch im Spielfeld, steht jetzt auch wieder auf. Der schutzrichter Luca Bicola sagt mir jetzt, los Junge, jetzt musst du rausgehen, die Kräger ist da, aber du wirst draussen gelegt, er geht immer noch nicht. So, jetzt ist er draussenhalb vom Spielfeld, jetzt kann der Spiel dann weitergehen mit dem Eckball, ist natürlich jetzt sehr unglücklich, weil der Innenverteidiger von Lausanne fehlt jetzt. Der kann in dieser Aktion vom Eckball natürlich jetzt nicht mitwirken. Mit seiner Größe wäre das natürlich entsprechend wichtig und das wird einfach eine gute Chance für einen. Der Ball kommt Mine in die Mitte und dort steht der Ganula, kann aber den Ball nicht aufs Goal bringen, er geht neben dem Pfosten durch und es kommt mit einem Abstoss bei Thomas Castella. Jetzt sind wir gespannt, ob er wieder so lange gebraucht oder ob er sich jetzt nochmal ermahnt. Ah, Lausanne macht einen Wechsel, der Joel Magna bringt den Kripo, wie gesagt, Lysen kommt nicht mehr rein, er hat jetzt den Kripo gebraucht, den 1-2-1, oder 1-2-1 Wechsel für den Kripo geht in die Position der Innenverteidigung. Und jetzt kann das Spiel weitergehen mit dem Abstoss von Thomas Castella. Es kommt ein langer Ball in die Hälfte hinein von Ibe, wiederum der Gamera, wo er versucht wegzuköpfeln. Lausanne kann aber den Ball behaupten mit dem Pistodio, wo da sein Mitspieler Suzuki lassen wird. Suzuki kommt in die Abschlussposition, aber der Ball wird vom Gamera blockiert und es kommt ein Einwurf für Lausanne auf der linken Seite, wo gerade aufgeführt wird, der Suzuki wieder einen Ball in der Mitte, er sucht eine Abspielstation zum Brown, Brown auf der linken Seite und es kommt ein weiterer Einwurf für Lausanne, fast bei der Grundlinie, etwa 3 Meter weg von der Grundlinie, Einwurf ausgeführt worden. Dann kommt, kann sich Lausanne nicht durchtanken, wiederum ein Einwurf, nein, ja, diesmal für Ibe. Ibe kann durch einen Befreiungseinwurf quasi machen, der Ball kommt zum Rieter in die Mitte, der Rieter lanciert ihn gerade weiter zum Imeri auf die linke Seite, der Imeri im Zusammenspiel mit dem Benito, der Benito auf der linken Seite wiederum zum Imeri und der Ball wird unterbunden. Wir sind in der 85. Minute 1 zu 1 in Belosa. Jetzt auf die rechten Seite vom 16er, Flanken kommt rein vom Elia, dort liegt aber schon Benner im 16er Ritten, und dann ist er am Boden gezogen. Und dann hat er auch keine Chance gehabt, den Ball zu schauen, als der da kommt raus und kreilt sich der. Wirft er dann raus zum Brown. Blumen holt sich der Ball, aber wird gehappt vom Schweizer. Jetzt geht Freistoß für Ibe, Rieter. Jetzt muss da der Ilia noch ein bisschen verwandt werden vom Schiri, weil er kommt nötigerweise den Ball für Ibe, der zurecht legt, oder weiss auch nicht was. Jetzt kommen die Fans hinter uns gerade ordentlich aufgeregt. Jetzt kommt auf jeden Fall der Ball vom Imeri. Ein 16er Rinnen mit rechts zu treten, aber an jedem vorbei geht direkt über den Grund hinein aus. Wieder Abstoss. Beim Castella. Jetzt hat sich der Ball zurecht. Und jetzt kommt der Auskick, Lange in die tiefe Platzhälfte. Kamera kann auch noch wegköpfeln. Ilia checkt aber zu spät, dass der Ball zu ihm würde kommen, aber Ibe, man findet noch gleich Eton, jetzt über rechts, spielt ihn rein. Ganvula spielt raus, Ilia. Jetzt zieht er erstmals gegen die Hingere, muss hindurch spielen, über die Kamera. Jetzt kommt nochmal die Unterstützung von den Ibe-Fans. Lange Ball auf rechts, auf Blume. Der nimmt einen schönen Abend, geht den Sein-Spieler vorbei, überlässt ihn gleich mit dem Ilia. Dann flankt er rein, Eton, auf, Imeri, der schliesst ab, aber er wird geblockt. Kommt nochmal zurück, Lostenberger. Kamera, auf links, Benito. Dann geht weiter. Flankenball rein, hinteren, Ilia bringt ihn nochmal rein, aber ich glaube, das war schon das. Ich glaube, das war schon ganz schön, das war schon ganz schön, gibt Abstoss für Lausanne. Also Ibe versucht, sie würden auch gerne da noch den Sieg mitnehmen, natürlich. Aber ganz zwingend, dass ihre Chancen auch gerade nicht. Losanne lässt sich Zeit, sie geben sich sowieso ausgesehen, zufrieden mit dem 1 zu 1. Ibe kann den Ball nicht erobern. Lausanne über links, Schweizer, aber Radjopp passt auf, kommt aus dem Goal, schnappt sich den Ball, geht dann gleich weiter auf Lustenberger. Der läuft bis in die Mitte der eigenen Platzhälfte, geht dann auf Imeri, der links auf Benito, bekommt er wieder zurück, spielt nach hinten durch. Jetzt hat der Kamera, läuft über die Mittellinie, überladen am Rieder, weiter hoch, La Comi, spielt auf Lustenberger, Benito auf links, Aliyah wird gefoulet von hinten, oder auch nicht gefoulet, aber man wird auch mal nichts pfiffen. Spiel geht weiter, Ibe holt sich aber gleich wieder zurück, Lustenberger. Im Erie, Rieder, im Mittelpkreis drin, spielt auf rechts zu La Comi, ganz rechts aus auf Blumen, Flankenmöglichkeit, kommt, aber wieder niemand, der an den Ball kommt von Ibe, rausgeklappt worden von Lausanne, 5 Minuten Nachspielzeit, dann würde ich sagen, gebe ich dir nochmal über den Markt, den Ball von nochmal rein, ganz knapp kann der Castella den Ball klauen, also, Ebe 90 Minuten gespielt, es geht noch 5 Minuten Nachspielzeit, und die wird jetzt so der Markt oder so. Genau, da eine heisse Szene gesehen, im Strafraum von Lausanne, der Castella ist rausgekommen, aber da offenbar der eigene Mann verwischt, welcher jetzt gepflegt werden muss, er hält sich am Kopf, könnte Husic gewesen sein, welcher jetzt gepflegt wird, offenbar ein Zusammenstoss mit dem eigenen Goalie, was natürlich nicht angenehm ist für alle Beteiligten. Ja, wie gesagt, Ibe macht da nochmal ordentlich Druck, in der Zwischenzeit auch die Zuschauer sind aufgestanden und haben da mächtig gelapft, haben Dampf gemacht, haben da die Ibe-Spieler nochmal nach vorne gepeitscht, um das Führungspolz zu suchen, jetzt sehen wir gerade noch den Totomat von Zürich, führt 2 zu 0 gegen Iverdons Sport, und aus der Challenge-League FC Baduz ist 0 zu 2 hinter gegen der FC Sion und AC Belenciona ist 0 zu 2 hinter gegen der FC Wiel. Das, die aktuelle Zwischenstände haben wir gerade einblendet, während immer noch der Husic hier auf dem Feld gepflegt wird. Das dauert ein bisschen länger. Er muss jetzt natürlich auch ordnungsgemäss das Spielfeld verlassen und dann warten, bis ihn der Schiedsrichter wieder reinholt. Der Gangvolo möchte natürlich mit dem Schiedsrichter reden, dass das entsprechend auch wieder Zeit durchgeschrieben wird in der Nachspielzeit. Der Husic hat es jetzt auch absolut interessant ausgelaufen, und entsprechend auch das PIV-Konzert von den IB-Fans, die gerade hinter ihm sind. So, jetzt ist es los, es geht Schiedsrichter den Ball vor Castella und der Schiedsrichter Armand gegangen, weil er das nicht zu hoch soll kommen, er soll ja Fairbase sein, und so ist das auch. Castella hat den Ball in den Händen und wird das Spiel jetzt wieder lancieren, da mit einem weiten Abschlag, weit in die Hälfte der IB-Team. Und da kommt ein Suzuki zum Ball, in den Strafraum, jetzt ist er im Strafraum hinein, probiert den Trippling anzusetzen, und er hat den Ball auf dem rechten Fuß spielt und dann wieder zurück zum Giger, der Giger von etwa 30 Meter mit einem Schuss. Uh, das hat es aber, das hat fast eine optische Täuschung gesehen. Er hat jetzt wirklich ausgesehen, dass er aufs Goal kommt. Der Rajob hat sich null bewegt, also aber ich glaube, der ist schon genug weit weg neben dem Goaltour. Es hat jetzt von uns da ausgesehen, dass der wirklich noch reingeht, aber dem ist nicht so. IB, wieder im Aufbau, der Lustenberger auf der linken Seite, zum Benito. Der Benito mit einem langen Ball richtig spitze vorne, aber dort steht kein Mitspieler, sondern dort kann Castella den Ball in die Hand nehmen. Nimmt das jetzt auch gemütlich, der Liev versucht noch zu stören, aber Castella nimmt auch seine Zeit. Wie gesagt, Lausanne ist nicht zufrieden mit dem 1-2-1, mit einem weiten Abstoss von Castella, richtig, richtig, eine Struffunggrenze von IB, der Ball geht auf die Seite raus, dass IB jetzt einen Einwurf hat. Der Einwurf kommt auch wieder gerade zum Cedric Giten, Cedric Giten leitet den Vito. Aber die Lausanne können da stören, Cedric Giten aber wieder am Ball, erkämpft sich der Ball wieder, spielt den Nuse zum Imri, der Imri auf der linken Seite, der Struffunggrenze, spielt ihn zum Benito, der Benito bringt ihn zum Elia, der Elia kann den Ball nicht behaupten, er nimmt jetzt den Prellball, er nimmt zum Zucki einen Oberkörper. Die IB-Fans haben natürlich die Hand oder die Arme involviert, aber bis jetzt gibt es keine Anzeichen, dass hier irgendetwas kommt. Das Spiel läuft weiter, auf der rechten Seite der Gamera, der Gamera zum Ganvolo, und dann auf. Der Elia kommt im Strafraum zum Abschluss und wird jetzt hier hart angegangen, es wird der Penalty gefordert, der Schiedsrichter Bicolo lässt aber weiterspielen, weiterhin IB im Angriff, es kommt der Ball mit der Mitte in den Strafraum, der Brown kann ihn wegspotieren, IB aber weiterhin im Ball besitzt. Wiederum eine Flanke hinein vom Ganvolo und jetzt aber, ja jetzt wird es heils, er ist dort die Hand im Spiel gewesen, er zeigt auf Benaldi-Punkt. Der Luga Bicolo sagt, es ist Benaldi eine Flanke, die halb hoch reinkommen ist und wenn er an die Hand vom Lausanne-Verteidiger hingegangen ist, die Bicolo hat er nur kurz überlegt, hat sich dann aber ganz klar entschieden, dass das ein Benaldi ist. Natürlich jetzt in der Nachspielzeit, wo IB jetzt in Führung geht, zum 2 zu 1 durch ein Benaldi, auf der Seite der IB-Fans. Wir schauen gerade, wer sich die Bürten aufladet. Es sieht noch von Rieter aus, dass der Rieter den Ball... Nein, es ist der Cedric Gittin, der den Ball in die Hand nimmt. Der Einwechselspieler, der hier seinen ersten Score-Punkt der Cesar will machen. Wir sind gespannt, der Castella läuft hier noch auf den Fünferlinien um, versucht jetzt nochmal, den Itten hier ein bisschen aus der Fassel zu bringen. Der Schützrichter sagt, es geht jetzt auf Positionen, der Castella geht zurück auf die Grundlinie in die Mitte vom Goalie, der Itten nimmt Anlauf, steht hier bei 16er Linie, der Schützrichter kontrolliert, ob wirklich alle aus dem Ausserhalt ins Golf umstellen. Der Itten wird konzentriert, der Castella höppelt, liegt in der Mitte rum, bewegt jetzt seine Arme, macht den Hampelmann, wie man sagt, der Schiri geht frei, der Itten nimmt Anlauf und er sagt, der Schuss auf die rechte Seite, halb hoch. Souverän, Souverän verwandelt von Cedric Gitti und Castella, keine Chance, hat zwar die wichtige Ecke Garns, aber kommt auch nie dran. Uns entsprechende Tore übergross, FIBE-Spieler kennen sich, gerade vor der Fernkurve freuen, sie jubeln, die Fans entsprechend auch, natürlich krönenden Abschluss, also krönenden Abschluss, dass man den Sieg jetzt natürlich nach Hause fahren kann, der sehr wahrscheinliche Sieg ist natürlich Gold wert, auch wichtig für den Meister, immerhin hat man hier gegen einen Aufstieg gespielt, entsprechend stehen wir in der Nextase, vielleicht bekommen sie es mit, es wird gesungen, also ich sehe jetzt praktisch keine Zuschauer mehr, die auf dem Platz stehen, alle jubeln, alle klatschen, da steht sich der Pipp da, er zeigt hier auch noch 1 minuten Urspiel, also er lanciert gerade den Angriff, aber der Ball ist zu weit und der Razzoppi kann den Ball nie, nimmt ihn jetzt auch, jetzt haben sie natürlich Zeit, er schickt seinen Innenverteidiger raus, legt den Ball jetzt gleich am Boden, legt ihn vor und spielt ihn lang in die Hälfte hinein von den Lozano, da zieht er seinen Stürmer, der Ball kann aber nicht kaltenwärts in den Lozano den Ball, er lässt ihn den langen Ball führen und der Razzoppi mit einem Ausflug, das ist wichtig, inspiziert ihn weg, aber es gibt den faulen Angoli, wo Luca Piccolo da gehandelt hat, für 3-3 Goyle, ist da zu energisch auf den Ball gegangen, gegen den Beschlussmann von Ibe, er führt für Escher zu seiner Zeit raus, es geht den langen Ball, in der Hälfte von den Lozano, und jetzt ist es so, Luca Piccolo pifft den Match-up, 2-1 für Ibe gegen Lozano, der Meister erfüllt so seine Hausaufgaben gegen den Aufsteiger, man muss aber sagen, dass Lozano sich wirklich hart hart dagegen gestemmt hat, in diesen 90 Minuten, oder in den 90, ein bisschen mehr Minuten, der Siegerstreffer, der Benalti ist ja auch im Nachspiel erst gefallen, und ja, ich würde jetzt nicht sagen, glücklich, aber Unentschieden wären auch ok gewesen, oder? Wäre ok gewesen, aber aufgrund des Spielverlaufs würde ich sagen, natürlich ist es ein bisschen unglücklich für Lozano, ich kann nicht zum Schluss noch Penalti und so ein Gold bekommen, aber ich würde sagen, das Resultat ist eigentlich vom Spielverlauf entsprechend, Ibe kann da knappen Sieg mitnehmen, und somit auch wieder die Erste, in dem ersten Spiel von dieser neuen Saison wieder einen guten Start wünschen, und ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es heute geht, in dieser Super League Saison, wir werden natürlich auch wieder bei den nächsten Spielen für euch bereit sein, wenn sie wieder heisst Super League auf Blind Power. Genau, und dann wünschen wir euch noch ganz schönen Abend, wir bedanken uns für das Zuhören, und wir hören uns, wie gesagt, wenn es wieder weitergeht mit Super League auf Blind Power.